Moin Leute und willkommen zu einem neuen Live Commentary. Mein Name ist Tutu Gamescom auf der PS3 und heute mein PSN-Freund, der gute alte Lupus Wolf 18, Herbert Müller, ist bei mir. Am Start, besser gesagt in der Lobby hier. Ja, ich wollte ihn schon lange annehmen als Freund, aber leider war meine Freundesliste immer voll und konnten ihn natürlich nicht annehmen. So, aber jetzt werden wir das mal hier nachholen und ein kleines Dual Commentary machen. Mein Headset, ihr kennt's, mein PS3-Headset ist abgeschützt. Hema ist hier gerade an der Ladestation und macht natürlich wieder schlapp, wenn man's mal braucht. Aber trotzdem zocke ich mit meinem guten Präsident-Freund hier, der hier nicht schlecht zockt. Mit ganzen neuen Abschlachtungen macht er sich hier doch leutig einen Namen hier. Als Pro-Gamer, er verewigt sich hier in der Liste. So, Salvatore ist dann, Alter, da unten, Alter, von den Hamburger Hänger ist er auch zugestoßen. Jetzt kommt nur noch Alberto und dann geht's ab. Wir haben hier eine richtige Fun-Lobby. Yo, Lupus-Wolf, los! Guckt's euch an, Alter. Da, da schickt PSN-Power drin, Alter. PSN-Freunde-Power. Made by Lupus-Wolf-18. So, schauen wir uns die letzte Kill-Cam an von YouTube Gamescom. So, wenn du, bist sogar nicht ich hier. Wenn wir jetzt ein Blame erstellt hier, JTV YouTube. Und noch ein Kill gemacht mit der MTHR. Gute Waffe, kann ich euch auf jeden Fall mal weiterempfehlen. Das war das Commentary zwischen Lupus-Wolf-18 und eurem YouTube Gamescom. Bis dann, ciao!